Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 4. August 2021. Mosischen hat das Beinwachstumspräparat ausprobiert. Seine Beine sind daraufhin um etwa anderthalb Meter gewachsen. Das Ergebnis übertraf seine Erwartungen und Mosischen war außer sich vor Freude. Er sagte, als nächstes werde ich versuchen, eine Hose zu finden, die mir passt. Wir haben einige Inselbewoner nach ihrer Meinung gefragt. Verstehe, man lernt doch jeden Tag dazu. Wahnsinn, toll dass ich dabei sein kann. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Pure Lila. Der 4. August war das Sende Datum dieser Mi-Nachrichten. Hold on!